ganz toll ist wir kommen erst mal so zuletzt bettig jemand wird ja ich habe drei dicken auf den hals 3 und ich hoffe dass ich immer was ich da jetzt suche morgen wenigstens da ist so was hat geht da ist man schon als einziger nicht vergiftet ja und dann langsamer man kommt trotzdem zu nix ich habe auch noch vergiftet sich gerade umgreifen auch ich hasse das ätzend diese pflanzen sehr schön ist klar alle auf einen wie unfair der ist weg jetzt auch weg jetzt aber 1000 jetzt haben wir gleich morgen vielleicht ist es nur morgen da wenn es auch morgen ist richtig da müssen wir jetzt langsam verarschen spiel ich hasse es wenn man mich verarscht ganz ehrlich das ist so grauenhaft unnötige wartezeit hier wie gesagt ich wollte diese scheiß karten wenn es die karten nicht wär da spielen wir mich gerade echt verarschen das ist waschbeisch wird ich nicht an labern ach jetzt habe ich kein camping pc kack drauf kack irgendwo hin ist dein erster pflegefehler jetzt ist mir das auch ein bisschen egal auf gut deutsch gesagt äh was ist denn hier noch die ganze zeit glaube ich und ich sehe diese eine dinge nicht was hasse ich am liebsten genau warten 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 auf einen digimon kreis und deck nach los 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 jawohl jetzt ist es morgen das ist fies jetzt nicht dann habe ich den ganzen tag verschlafen ich drehe durch ganz ehrlich ich drehe so langsam am rad was mache ich jetzt habe ich ein paar probleme ich komme eigentlich nicht weiter oder ob ich noch irgendwas vergessen oh nee mal auf das warte ich die ganze zeit dann kommt das jetzt aus ab da ist d ja ich heiße ich habe noch eine idee fährt mir gerade in den seiten land und der scheiß gell oder mich raus lässt ich mich alles zu sparen was danach in der zeit das ist ja wirklich in der zeit nicht über den weg und über den anderen auch nicht ich habe das gebiet lange nicht bewacht komm jederzeit durch bleibt am besten stehen das war jetzt der richtige weg ich bin mir jetzt gar nicht so sicher doch wahr ja huch wer bist du denn und wer bist du dimensionsreife erfasst 20 gegenstände und schiss mehr wollte ich hier nicht weg damit so das habe ich auch noch erledigt stimmt hier gab es nämlich die bessere tasche weil jetzt kann ich mehr sachen tragen geil oder sowas finde ich richtig ich will wer gepäck aufnehmen die beckte ist nicht mehr oder was die habe ich ja damals verloren ich erinnere mich stimmt hier wo ich gegen gegen wir noch mal verloren ich habe keine ahnung hier ist ja jura mon der scheiße riesen schluch da war ich schon zehnmal ey ich kann doch ins frostland gehen was ich aber allerdings nicht möchte der fährt mich nur zur fabrik stadt weil ich meinst du da auch mal ein bisschen zu schwach für ist was denn was schon weg ist und dort könnte sich ein schleimiges tick mal ausdruckst das ist so ein tipp und vielleicht noch ein tipp betamann weiß man jemand an labern kann hier nein das ist eigentlich coole man hier arsch kommt hier dann kann man noch mal die kümmerin da gehen ich habe gleich gesagt was pinguin man eigentlich macht na gut es war ja nicht schwer zu erraten oder ein fisch das möchte gewünsgeschehen netten preis ich habe leider kein fisch mehr ich möchte aber nicht angeln gehen ich möchte jetzt eigentlich meine karten so langsam naja mein ding immer zum kampf melde ich auch nicht an ich könnte es trainieren das ist doch so es ist echt beschissen das ist echt beschissen ich habe immer so eine ahnung wenn es ungefähr kapiert vergeblich eine stunde wieder ok du hast hunger hüftstex habe ich geholt genau es ist immer noch hunger immer noch nüpfstex alles klar du bist satt ich muss auf die toilette war klar ich kenne der spiegel camping pc muss ich noch kaufen aber ja ich wusste was vergessen ich wusste dass ich was vergessen aber naja egal ist ja nicht ganz so tragisch so wenn man den 14 wird dann bin ich froh ich bin da kamen mit 13 12 oder genau voll disziplin voller glücklichkeit können wir weiter trainieren komm auf trauen du möchtest das ding eigentlich noch kriegen bis zum tag rum und das ding weg bewegen anderes tätig immer gehorcht so jetzt werde ich es noch einmal probieren in der hoffnung dass es jetzt funktioniert so kann ich kreppieren dafür verliere ich kein leben ich bekomme nur ein digimon ei okay ein digimon ei wie ist digi ammo ei gesagt oh gott naja oh gott oh gott oh gott aber geil 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 mir sag ich jetzt nicht diese fehler was hier in den besten au pass hier in den besten au so perfekt vorbeigekommen sei da sei da also ich krieg so langsame Nervenzusammenbrüche hab ich irgendwas vergessen hab ich irgendwas vergessen hab ich irgendwas vergessen oh das ist dieses eine ding wo mich da gerade ziemlich angekotzt hat da geht's wieder zurück ja hier geht's wieder ja hier geht's wieder prairie ja ganz tolle prairie wenn wir ganz viel erreicht hier in diesem part dass wir immer wieder schlafen das ist normal typisch ja jetzt weiß ich noch einmal jetzt guck ich dann echt im internet nochmal nach du musst dich gedulden wenn man auf etwas wartet ja und es kommt nicht an das ist doch jetzt aber ich weiß dass du schlafen musst ich drehe durch ich drehe durch jetzt vielleicht ich drehe echt am Rad hier ich sag dir einfach mal bis zum nächsten Mal wenn es wieder ist Let's Play Digimon wird und Namen für diesen Part habe ich leider nicht voirköreise Jaguar ist auch